RIDER ON THE DOOR Willkommen zurück liebe leute DEL HABITMAN Wir standen gleich mal in unserem Sprechstabstand Hier, Jürgen, ne? Oh, das ist früher Wir lassen unseren guten Herren jetzt erstmal in die Runde schreiten Wollen wir erstmal schauen, ob wir noch was zu ablegen Na Immer schlafen lassen Gehst du schlafen? Ja, guter Lacht Das ist ein dummes Geräusch Ohhhh Ah, ja, ja Oh, yeah Ich hatte recht Let's go Let's go Ich kann sogar Langsam laufen Und gerade eben Dieses Auf der Stelle laufen So, wir kümmern uns jetzt um unsere dicken Kartoffeln Warum hat er sich jetzt einfach umgedreht? Eine gute Kartoffel Eine gute Kartoffel Hä? Warum drinnen das jetzt die ganze Zeit um? Eine gute Kartoffel Bist du völlig beschuldet? Was ist denn jetzt los mit dir? Loll Loll Oh mein Ja, ich hab kurz abgesteckt Loll 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 Viel Spaß Was auch immer jetzt los ist Was auch immer jetzt los ist Ich mach nichts Ich mach nichts Der Schaltet auf links Ich hab gerade praktisch irgendwo irgendwie aber So Ne, zappelt weiter Bruder, naja hast du ein Zapplett gehabt Bruder Jetzt geh ich jetzt wieder zu Hause Ich püle dann schon kaputt Die Teil zu Spastiken alter Holy moly Wie soll ich denn da bitte Was reißen in, in der Mine Hmmmm Ich hab nicht nachgeguckt weil Typischerweise Ich hab's wieder vergessen Das ist eine spaßige Folge. Ich mache nichts. Jetzt. Und er dreht sich. Was zum Teufel? Alles mit dir los? Lell, Roffel. Keine Ahnung, was los ist, aber... Es wird noch sehr stark nerven. Ich glaube, ich sollte heute die Biene sparen und einen Teilzeitjob machen. Und ich glaube, das machen wir jetzt mal. Oder? Pieps. Machen wir jetzt, oder? Ah, ne. Ich möchte erstmal hoch zu meinem Wald. Ich möchte definitiv... Mann, ernsthaft? Keine Ahnung. Erstmal zum Wald hoch. Und... Wenn es das einsammeln. Und mir eventuell neue Saaten kaufen. Weiß noch nicht. Ich bin noch unentschlossen. Vor allem bin ich unentschlossen, ob ich mir wirklich... Ob ich wirklich, 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 drei gute Kartoffeln kaufen möchte. Eine ist ja okay, ne? Aber drei? Zwei wären auch okay, aber... Drei... Ne? 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 Wobei, ich kann's ja am Anfang halt nicht gebrauchen. Okay, jetzt fängt's ja sogar an, nach... Dorthin zu gehen, also in die Richtung zu latschen. Das ist jetzt ätzend. Ich kann's auch nicht ändern, ich hab das grad... versucht. Oh, da sind gleich Wiesel. Da sind jetzt Wiesel, Wiesel... Schmiesel, Wiesel... Was ist denn das eigentlich da hinten? Das ist irgendwas. Oh Gott. Brille in der Weihnachtung! Feine nicht zu viele Bäume! Ja, ja, ich feine keinen einzigen Baum. Keine Angst. Ich würde gerne echt einfach mal in die Media komplett... Direkt in die Media durchstarten. Deswegen werde ich auch nicht, äh... Nichts Neues anpflanzen jetzt. Momentan. Denn... Äh... Ich will dann am nächsten Tag einfach schlafen können. Möglicherweise. Und das wäre... Unpraktisch, wenn... Ich was zu gießen muss. Deswegen... Alles schon geplant. Ich möchte dann richtig durchsuchten die Mine. Nehmen wir mal einen Teilzeitjob. Go! Go me! Oder... Wir gehen in die Weiserklinik. Fragen immer, ob ein paar Kräuter will. Die gute Frau. Oder? Nee. Ich brauche genug Geld, um... meine Waffen... W... 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 Aufzurüsten... W... 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 Ja, ja, klar. Gut, dann geht's. Oje. Ähm. Herzlichen Dank, behehre uns bald wieder. 86 Gehr halten. Wie spät ist es jetzt? Wait, 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 halt, stop, halt, 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 halt. 17 Uhr. Wow. Ja gut, wir haben Geld verdient. Ich wusste nichts machen. Nice. Das können wir eigentlich immer machen und er verdient eh keine Ausdauer dadurch. Nice. Das können wir eigentlich auch jeden Tag machen. Ich will mir mal meinen Tempel angucken. Von innen. Also hier wird's zum Tempel. Du, 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 du. Ich kann nicht viel machen mit dieser blöden Steuerung. Das ist ein Mistzeug. Ah, hier. Da ist er. So, Tempel. Hi Tempel. Ah. Hier wird dann gehigh-rated. Geh-rated. Wenn... Da wirst du, geh hoch, äh, äh, höher gestellt. Also... Geh-hy-rated. Äh. R-rated oder so was. M-rated. Gar nicht ger-rated. Hier wirst du auch niederger-rated. Keine Ahnung. Aber interessant, interessant, hier leben Leute. Die Häuser habe ich nie gesehen Miras Haus. Wer bist du denn? Du bist nicht immer anwesend. Ich kann nicht mal schauen, wer du bist. Aber du hast eine komplett eingerichtete Wohnung mit Küche und allem. Heirate mich. Ich will, dass du bei mir lebst und für mich kochst. Weil ich verhungere momentan. Ist es jetzt eigentlich das Essen, was er jetzt in der Box hat? Hier, irgendein Anglertyp. Hi! Tobis Haus. Hallo Tobi. Sehr gut. Sehr interessant. Ach, weißt du was? Ich verkaufe heute die Kartoffeln alle. Alle. Bleibe ich jetzt auf dem Weg nach Hause und werfe die Kartoffeln noch rin. Also hol die, werfe die rin und dann ist gut. Die Sache ist dann richtig gut. Denn ich sehe schließlich Gute Kartoffeln. Aber mein Auge. Ich kann nicht mal hinfassen. Sterbe. Übrigens müssen wir demnächst mal wieder Turtel besuchen. Turtel. Meine große Liebe. Turtel, meine große Liebe. Kartoffeln. Du, 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 du. Mal Kartoffeln. Weg. Ich habe gehört, heute eh nichts zum Kochen. Gar nichts. Also scheiß drauf. Alles verkaufen. Alles verkaufen. Alles weg. Mofa kann mir die ganzen Pilze wieder farben. Wie ganz leicht die Musik noch mit mir der gut läuft. Jo. Ja, würde schon was bringen, was gut ist. Am besten nicht speichern, sondern dass es gleich schärfen geht und dann schauen. Ich muss da von den Kreuzer mal welche Farben und stacken. Das wäre praktisch. Ich gehe jetzt wirklich mal schlafen und teste erst mal. Gute Nacht. Oh. Okay. Die Pilze bringen 30 Gold. Die Pilze bringen 40. Okay. Merke mir. Produkte. 270 heißt. Die guten Kartoffeln haben wahrscheinlich 80 gebracht. Heißt 3 mal 80 240 und die eigene Kartoffel hat oder 50 und übrigens 20 und ne 50 ne 50 wäre zu wenig ne 80 und 30 könnte mir ninkommen. 70 60 Ich bin rich, Alter. Ich bin richtig rich. Vorher den Tag starten, aber möchte ich speichern. Speichern. Und ich würde sagen Dankeschön. Was ist das? Ich würde sagen, Leute. Dies war Harvest Moon Baum der Stelle. Hä? Und ich würde sagen, Dankeschön. Und wir sehen uns nächsten Mal wieder. Das heißt, Harvest Moon Baum der Stelle. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020